haus von dr schritt tritt fußabbrücke sagen alles da möchte ich doch genauer was zu wissen willkommen zurück zu pokémon strahlender diamant wenn ich die fußspuren eines pokémon sehen kann ich vorder können was gerade denkt oh glaubst du nicht nun dann dann lass mich doch den pippren mal vor mir laufen und an seiner fußspuren würde ich ermitteln was es von dir hält okay nun es ist ein bemerkenswerter mensch und trainer das ist da dass ich in der lage bin das beste aus mir herauszuholen bedanke ich ganz allein ihm unsere reise sich oft wilde pokémon die uns neidische blicke zu werfen wow das geht im kopf vom pipprenn vor ich muss schon sagen dann pipprenn und du ihr versteht euch sehr wirklich gut hier das schenke ich dir das pipprenn das fußabdruckband angesteckt das erhöht wahrscheinlich die freundschaft würde ich jetzt einfach mal vermuten okay leute wir sind hier auf rute 213 und sind auch so weit es geht schon fast durch damit geht jetzt ab ach so ja cool dass wir uns in der letzten folge abgeholt haben bis februar 2022 könnt ihr dieses wunderbar cutie manafi aus einem ei schlüpfen lassen so haben wir doch gleich mal es ist nämlich schwimmende was schwimmend bewältigt das große distanz nummer den kalten meeresgrund zurückzukehren auf dem es geboren wurde ja gut gutes pokémon kommt bei mir aber erst mal klar bleibt im team ich dachte gerade schon als ob die trainerin die die war oder wer sie ist ja soweit uns sehen kann nee es ist nämlich die schönheit sind die all right die immer ein pokémon aber ich finde die sind meistens bisschen interessanter weil es nicht diese basic pokémon sind ja wir haben charmieren schon öfter gesehen aber dann eher bei team galaktik so leute ich habe neuigkeiten ich habe mich jetzt endlich mal informiert wo ich das eine oder andere pokémon her bekomme und ich werde mich da jetzt auf jeden fall mal auf camp dran setzen in naher zukunft damit wir langsamer unser team voll bekommen ich meine wir sind jetzt bald bei der vierten arena da sollte man das schon langsam mal haben okay ein basic kampf den wir direkt mal abgeschlossen haben ich habe jetzt auch tatsächlich mein team könnte man sagen voll man kann gott sei dank alle finden in den untergrund hören deswegen werde ich mich da mal dran setzen du hast doch tricks benutzt oder nope ich bin einfach gut nun gut so da gibt es auch noch mal einen der mit uns fighten will aber erst mal möchte ich hier kurz einen bieter zur hilfe rufen so und mal schauen was uns hier erwartet das ist ein aeroa ist ja cool die kennen wir aber schon die hat ja beispielsweise unser na wie heißt es jetzt okay kann man gar nicht zerstören ach guck mal da kann man auch hoch krexeln irgendwann das sagt mir mein instinkt aber wie kommen wir rauf kommen soll sagt mir leider nicht ja das wissen wir leider auch noch nicht das kommt dann auf jeden fall noch ganz ganz viele kraxel aktionen und hier wird es mich jetzt aber mal interessieren mal mit viel glück kommen hier tatsächlich ein pokémon das ich habe möchte aber ja wie gesagt mit sehr sehr viel glück das schale los ist es nicht wir können trotzdem es einfach mal fangen weil noch genau dann ist es tatsächlich auch schon fertig die route das heißt wir können uns heute locker flockig die ganze stadt anschauen die arena oder wie speeden durch und machen als allererstes die arena dann haben wir heute schon wieder eine arena doch ganz cool ein aquawelle und ja gut ist eh uneffektiv gegen clip drin so dann mache ich auch mal einfach weil es ja nicht effektiv ist eine knarre und ich hoffe das passt sturm so ah ja okay der angriff jetzt ist es jetzt plötzlich eine höhere initiative alles klar weil es sei daher zuerst angreifen plötzlich hast du stand da gar nicht hat keinen effekt oder wie ja da wisst ihr was ich glaube ich fange das jetzt einfach mal ich schaue mich hier ein bisschen im gras um und dann schauen wir mal was hier so abgeht so schale los wurde gefangen ich fange das jetzt einfach mal und mich ist gerade aufgefallen stimmt wir wollen ja auch die pokédex einträge natürlich davon hören östliches meer form und farbe dieses pokémon unterscheiden sich je nach habitat im sinne wurden zwei varianten nachgewiesen nun gut dann geht es wohl jetzt weg von der route ich habe etwa zehn pokémon ein counter das war meist einfach nur ein chalet los deswegen lassen wir das jetzt einfach läuft so am strand durch den sonntag lässt du fuß spuren pokémon um darin genauso viel freude wie menschen ok von fischlei edel bis hierher war es ganz schön weit ich fühle mich richtig ausgepowert ja das stimmt an diesem kleinen luxushotel vorbei ja gut und dann sind wir auch tatsächlich angekommen in weideburg ich besuche diese gegend weil ich das großmoor sehen will ich wohne im hotel am see ach du bist also so jemand der komplett vom luxus überschüttet wird so hallöchen man ist das nervtöten was willst du ein kleines bei bike mit gerade mal drei orten so man lässt sich in team galaktik garantiert nicht dazwischen funken aber ich habe wichtigeres zu tun wo lasse ich dieses ding jetzt am besten hochgehen ein bombenjob für team galaktik ähm ok weideburg großmoor aha gut da gehen wir dann als nächstes hin was geht jetzt ab oh nice eine homelbeere ja dankeschön nehme ich natürlich ich habe jetzt nämlich gelernt es ist hier random einfach a drücken in der umgebung und dann bekommt man was du hast mich an diesen hibbeligen jungen die ich hier vor kurzem getroffen habe hat ein sehr enges verhältnis zu einem pokémon genau wie du danke dass du mir zum lächeln gebraucht hast ich möchte dir das hier schenken bringe diesen blütensticker an die bei kapsle an ja ok so müssen wir eh mal wieder dran arbeiten auf jeden fall ja ja ok 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 wahrscheinlich redet sie von ähm unserem rival den haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen und deswegen hoffe ich mal ja bald kommt es mal wieder zu einer begegnung hallo ich möchte dir ein pokémon dein pokémon ansehen vielleicht ist ja ein schallwürdig hm ja verstehe das ist nicht ganz das was ich mir gehofft habe ich möchte dir nicht anliegen daher sage ich dir offen ins gesicht dieses pokémon ist nicht schlecht aber gut ist es auch nicht es einfach so lala wenn du deine ausstrahlung verbessern willst dann gib ihm ein paar knopse ok muss ich mal wieder backen ein paar die freundin meines bruders ist wellnessfrau ein schlei edel die beiden haben ihr pokémon dabei wenn sie etwas unternehmen wie schön das stimmt das finde ich auch mega ok und dann gucken wir mal was weideburg noch so zu bieten hat ich denke mal dass es hier keine arena geben wird oder oh ok doch ja krass dann heißt es heute natürlich auch noch arena kampf ist ja logisch ähm ja interessant ja ok dann machen wir das gleich mal heute im großen mal gelangt man per eibahn im new von a nach b so wird auch der empfindlichste ökosystem nicht gestört so so mit der eisenbahn da bin ich ja mal gespannt wo die sein soll also die stadt ist jetzt doch größer als gedacht weideburg die stadt am großmoor wir sollten uns aber erstmal stückchen für stückchen alles nach der reihe anschauen als erstes mal pokémon arena von weideburg erinnert hin wellenbrecher marinos meister der fluten ah also ein wassertrainer weideburgs erinnert her was soll ich sagen er ist grandios wenn auch auf so eine seltsame art es wird zu erklären aber wenn du gegen ihn antrittst wirst du sehen was ich meine ok das heißt luxtra wird uns sehr gelegen kommen manche trainer verhindern bewusst dass sich ein pokémon entwickelt wir warten damit bis auf level aufstieg bestimmte attacken erlernt hat ah das ist eigentlich gar nicht mal so blöd aber ich liebe entwicklungen immer gleich deswegen nehme ich die auch immer gleich jetzt grüßt man von weideburg war ein zenthal des mir ist doch das wäre besser versickerte irgendwann im boden und zurück blieb dieses riesige sumpfland deshalb soll auch pokémon geben die äußerst selten zu finden sind aha aha da wäre ich gleich mal hellhörig das großmoor ist wirklich riesig wie riesig fragst du geh zur pokémon warte und sieh dir an dann weißt du bescheid machen wir auf jeden fall noch guten tag ja soll ich sie mal wieder auf jeden fall machen genau mach sie bitte fit denn wir sind jetzt auf dem weg zu der arena anscheinend mit unserer krassen pokémon reihe hier so nun gut und dann schauen wir mal was da so abgeht in der arena wie gesagt ich werde jetzt mich mal dran setzen ich habe ideen für neue pokémon team mitglieder ich möchte nur mal kurz gucken wie groß ist denn diese stadt noch okay ja gut ich denke mal diesen unteren teil den werden wir einfach mal nach der arena anschauen und jetzt hat uns ab davon gleich in die arena rein zu gehen ich habe bock hätten erst vor kurzem eine wie ich mir dachte dass die jetzt schneller hintereinander kommen und es geht tatsächlich um eine wasser arena aja mit verändertem wasserstand oder wie also wieder sein tipp mario marinos der arena leiter ich meine natürlich wellenbrecher marinos der meister der wasser pokémon ich finde ja dass du enorm mutig bist wenn du versuchst wasser pokémon feuer oder boden pokémon zu bekämpfen letztendlich ist das natürlich deine entscheidung dann liefern uns mal einen guten kampf nee also was ich jetzt als erstes mal ob sie machen möchte ist kipp drin mit luxtrad zu bewegen dann sollte er eigentlich auch nicht schlecht sein land ist doch auch gut ja klar doch pokémon bewegen ja pflanze ist ja gut gegen wasser genau jetzt war ich kurz verwirrt aber passt hier kommt man erstmal nicht hin okay das heißt man muss irgendwie den wasserstand verändern vermutlich ist es hier wieder so und es ist cool dass wieder jede arena ihr eigenes ding hat so aha ich kann jetzt erstmal nur hier in ganz ganz viele knöpfe wieder mal ein rätsel alles klar so jetzt komme ich dadurch all right aber erst mal mit dir ich habe hier nicht nur meinen körper gestellt sondern auch meine pokémon und mein geist ich habe zwei pokémon die ultra effektiv gegen dich sind aber schaut mal jetzt hat mir endlich mal dieser dieser kommentator nicht alles verraten das sind ja schon mal etwas gut gut ich habe angst vom arena kampf da der letzte ja so ultra kacke geworden ist so ultra knapp einhört ja ich hoffe einfach mal dass das so gut wird irgendwie so wir machen natürlich erstmal einen punkt und wir sollten ja so wenig damit wie möglich bekommen ob auch so möglichst wenig damit es passt ja ich kann ja auch dann noch mal vor dem letzten kampf werde ich wahrscheinlich dann noch mal alle heilen aber bis dorthin sollten wir ja erst mal keine probleme haben genau soja das manapie von mir aus erlern scharen ach so das war es auch schon ja gut dann war du bist vielleicht sogar noch stärker als unsere alena alter das hoffe ich doch weil deswegen bin ich ja wieder immerhin hier gut dann wenn ich hier drauf drücke naja okay dann komme ich da nicht mit ach so moment komme ich jetzt irgendwie weiter nicht heißt das war schon richtig so wie es war erst den gelben ich frage mich aber es gibt ja noch mehr farben da komme ich auf jeden fall hier weiter wir gucken einfach immer wo wir weiter können wo eben nicht wait bin ich jetzt schon nicht das gar schon als ob ich schon da bin es gibt anscheinend wirklich nur grün und dingen er passt doch dann sind wir jetzt wohl bei dir ich beersche die kräfte des wassers du wirst nicht gewinnen ja wenn du jetzt mit dem körper dort kommst du mit zweifel ich dass ich nicht gewinnen werde aber gut ein pokémon wieder ja gut ein schmerbe das kenne ich gar nicht ja cool ein neues pokémon nämlich es ist nicht das wenn sich entwickelt dass das so ein fisch warren wird und dann so ein riesiger krasser fisch wo ich glaube dass es das gar nicht wahr sondern das ist einfach nur ein easy ja ein ziemlich einfacher kampf wird keine wirkung warum nicht dann müssen wir wohl mit bis agieren ganz schön komisch aber auch bis reicht um ihn zu wollen schaffen so passt ja dann kann ich lux da jetzt erst mal an erster stelle lassen roselia hat so wenig stemme so wenig kerzen also sie halt sich ja immer so wenig kp meine güte du hast mich trotzdem besiegt ich bin sprachlos ja es hat mich mit mir aufgenommen aber gut dann sind wir hier soweit gut durch das machen wir so jetzt sollte ich wenn ich mich richtig erinnere genau hier weiter kommen okay es macht alles so seinen sinn es freut mich doch aber es kann auch noch blaue knöpfe dazu ich bin um die ganze welt geräuchten der pokémon aufgezogen dieser renner habe ich jetzt hier gewählt du wirst hier nicht leicht haben okay er hat schon mal plural benutzt das heißt er hat zwei pokémon okay der matrose märilin ein neues charakter modell mit einem bingol okay ist halt ein glaube ich wasser flug pokémon das heißt luke wir sollten recht gute karten haben sehr gut dann auch noch der bedroher damit wir schön wenig damage bekommen also ich bin recht einfach luxta so ein krasses pokémon so perfekt sehr effektiv ich mir dachte und noch zusätzlich ein volltreffer ja krass dann ist es ja fünf mal tot gefühlt all right ja komm mal naffi ist doch nicht aber heute kann auch tatsächlich mal was cooles passieren nämlich noch ein bingol aber mann nämlich unser starter kann tatsächlich bald plippen wird uns wahrscheinlich weit verlassen und seine weiterentwicklung nämlich die wasserstahl typ kombination die einzigartige ich glaube die einzigartige typ kombination von allen pokémon aber auf jeden fall von allen startern ist einfach nur genial und ich freue mich drauf endlich auch ein stahl pokémon an einem team zu haben du bist so stark wie der stärksten trainer die ich kenne ja du kennst nur die wo auf deinem boot waren und ja jetzt ist noch mal ach so ich dachte wo soll ich jetzt hin wie gesagt ich glaube er kennt nur die wo war ich bei dir nicht schon welm brecher marina ist natürlich ich würde gleich etwas getragen ah ja okay was sollte ich jetzt sagen genau ach keine ahnung auf jeden fall der typ der war jetzt nicht so stark so ich habe leider vergessen was ich sagen wollte ah ja genau die typ kombination von meinem starter ändert sich sehr bald und dann haben wir ein stahl pokémon und das wird einfach einfach cool ich achte ja auch darauf bei der teamplanung ich weiß nicht ob ich die pokémon bekommen kann aber wie cute das ist ein elektro pokémon katze like halt auf jeden fall genau weil und stahl habe ich halt noch so gar nicht eingeplant und das passt halt dann dass wir das dazu bekommen so aber jetzt erst mal einen kleinen funkelnsprung ergänzen reicht das ja tatsächlich weil azurin azurin keine ahnung wenn es ausspricht ist ja auf jeden fall ja ist ja auf jeden fall ein elektro pokémon genauso wie auch das hier glaube ich es ist nicht einfach die weiterentwicklung ja genau ist halt katze like wie gesagt und deswegen nehme ich mal lieber noch einen punkten sprung dann haben wir das auch schon oder perfekt wir werden uns hoffentlich nächsten karten als spätestens das würde teammitglied holen ich habe es noch nicht aber ich weiß wo man es fangen kann und da waren wir schon und keine ahnung wie ich übersehen habe aber wir haben sie auf jeden fall besiegt und ich denke mal wir sind so langsam durch was das angeht oder erst mal noch ein angler okay guten tag der nächste gegner bin ich der trainer der weltweit die meisten pokémon nein nee 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 keine sechs kapadore auf der drei nur dann stimmt es gar nicht weil ich habe schon gegen fünf kapadore gekämpft ich hoffe er meint damit die meisten unterschiedlichen pokémon aber eigentlich in der arena hatten wir das jetzt bis jetzt glaube ich noch gar nicht doch in der gesteins also in der ersten hatten wir schon des öfteren den selben gegner also auch in einem fight so ich denke mein donnerstag wird er ausreichen bei dem goldini bitte ja perfekt weil dann kann ich ein bisschen sparen bisschen die attacken ich meine wir brauchen eh nicht so viele schätze ich mal aber trotzdem lieber sparen wir ne das und lux da ist jetzt einfach schon level 36 fast level 37 würde auf jeden fall noch ein schmer bist doch jetzt der andere füge genau fuchs nee der andere fisch ich dachte mir grad mit f aber es ist auch kein vogel so jetzt wissen wir dass das wirkungslos ist es eigentlich eine krasse typ kombination weil es ist zwar wasser und noch irgendwas was es halt komplett resistent gegen gegen elektro macht das ist krass eigentlich so level 37 ja wie cool und ein gar doch sehr gut da mache ich jetzt unbedingt ein hier vergessen wie sie heißt die zweite von oben auf jeden fall die wird 65 schaden nämlich und genau ach guck mal und bis es sogar auch effektiv ja krass und damit haben wir erneut einen sehr einfachen kampf vollstritten aber wir dürfen natürlich nicht unterschätzen dass er nach der arena kampf kommt er beziehungsweise arena leiter weltweit die nummer eins zu sein bedeutet anscheinend gar nichts ich bin mir auch sicher dass du da die dass du dich da nicht so toll informiert hast aber gut so jetzt ist die frage okay da komme ich erst mal nicht weit das heißt ich muss hierhin ah ja hier habe ich jetzt mal die chance zwischen zwei knüpfen aber ich würde einfach mal hier drücken weil es kommt ja auch selber ja genau das ist ja mal sehr asozial aber nur zum zeitraus schinden jetzt kann ich hier laufen richtig alright und ich schätze mal dass ich jetzt wieder ganz zum anfang komme oder auch nicht weil ich komme hier nach oben gegen weitere matrosen kämpfe alright wie die tosen der see spiele ich alles den fort was sich in den weg stellt so bin ich eben ich bin mir mittlerweile gar nicht mehr sicher ob wir schon fünfmal im kreis laufen oder die arena einfach so krass verwinkelt ist mit diesen drei verschiedenen wasserständen aber ich schätze tatsächlich eher dass sie so krass verwinkelt ist auch ein schale los in einer anderen version ich habe jetzt leider auf dieser einen route wo wir vor angefangen haben zu einer 13 glaube ich nur die andere version gefunden diese blaue okay es gibt ja anscheinend auch nur zwei ich dachte eigentlich es gibt es hier aber okay ein donnerstag sollte für das ausreichend doch oder so ich weiß wir hatten eigentlich vor kurzem erst luxrand stelle 1 aber es ist halt einfach hier richtig gut weil roselia seit ein bisschen stark und flippen ist halt einfach jetzt auch nicht so optimal ob jetzt für wingo kann ich ihn tatsächlich sogar benutzen aber ja es war eigentlich schon vorhersehbar dass jetzt langsam mal eine wasser arena kommt weil wir hatten den strand wir hatten davor immer ständig was mit wasser zu tun ob pokémon trainer oder halt die umgebung war irgendwie immer was dabei deswegen war das schon recht vorhersehbar mannach wie krass das hat heute glaube ich schon sieben level ups gemacht oder so ein schale los ah ja das ist wieder das ja nee das ist wieder wasser deswegen können wir leider jetzt nicht ja darauf verzichten genau das hatte ich ja so ich dachte das wäre männlich weiblich aber anscheinend ist das region abhängig all right und damit war das doch ein extrem einfacher kampf ich glaube ich habe jetzt nur äh ne das war glaube ich punktum nach wo habe ich doch eine blitze eingesetzt sehr gut und plüppfrin es naht sich langsam der 36 der legendären diese welle hätte mir mal im geschirr spülen können ja gut dann sind wir hier auch schon durch und jetzt können wir wahrscheinlich zu dem angler darüber ja genau sehr richtig sogar guten tag lass dich vom sinken und steigen des wasser spiel ist nicht verunsichern erst wenn die kontrolle über dich selbst verlierst wird es brenzlig ne ne du alles gut ich habe es bis jetzt immer gut hinbekommen ach guck mal ah ok jetzt hat sich oh wow habe ich jetzt ehrlich verkackt oder wie ah das ist ja ultra gemein oh man leute das war ehrlich nicht was ich mir dachte da auf den kopf zu rücken aber jetzt geht's los gegen den 14 arenaleiter nämlich wellenbrecher marinos willkommen ich werde nicht oft herausgefordert bald wirst du meine stärke kennenlernen die stärke des arenaleiters von weideburg ganz genau ich bin wellenbrecher marinos meine pokémon wurden im stürmischen gewässern trainiert sie nennen alle deine attacken hin und ziehen dich dann hinunter in die tiefe der sieg wird unser sein los bringen wir es hinter uns alles klar marinos ähm interessantes charakter modell so da ist er der vorte arenaleiter mit drei pokémon ok dann sollten wir es ja hinbekommen wir haben ja ja eigentlich im prinzip auch drei die anderen sind ja filler damit ich nicht ko gehe so wie beim letzten mal in der arena fast zumindest eieiei besser fast halt gerne nachschauen ich glaube das ist der vorletzte part gewesen das war ultra hardcore doch wer sagt denn dass das hier nicht genauso sein wird nun gut ich bin gespannt ähm wir machen erst mal wir gehen jetzt hier auf nummer sicher wir können es noch 13 mal einsetzen deswegen mache ich gleich mal einen funken am anfang um das erste garados gleich mal weg zu ballern okay also ich meine ich habe zwei pokémon die sehr effektiv gegen ähm wasser sind ok äh deswegen wie gesagt habe ich glaube ich nicht so die bange dass das jetzt irgendwie schief gehen wird man nach viel erlernt super schall interessant morloid ähm ebenfalls wasser das ist dieses komische genau das ist glaube ich schon seit der ersten maximal seit der zweiten gender da mache ich jetzt einfach mal einen donner-schock vielleicht reicht es ja aus obwohl der 6 oh oh ah ok weil es anscheinend typ boden ist und typ boden ist glaube ich sehr effektiv gegen elektro und elektro dafür uneffektiv naja äh es macht okay schaden deswegen habe ich jetzt da irgendwie gar keinen stress wir schauen mal ah ja ok ich wechsel regentanz hm 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 das ist eine gute idee so was ist denn effektiv es fängt ganz zu regnen äh ich werde jetzt einfach mal wechseln und zwar auf daravia vielleicht ja typ boden ist ja gegen flug schlecht glaube ich vielleicht täusche ich mich jetzt auch und es war genau andersrum ich habe halt die effektivitätsliste nicht immer ganz richtig im kopf was würde doch eigentlich sinn machen dass ein boden pokémon nicht in der luft angreifen kann naja ein weiteres mal bedroher staravia wird sich ja auch schon bald entwickeln es bleibt ja denke ich mal bis dorthin hoffentlich noch im team naja guck mal es hat kein ding gehabt habt ihr es gesehen keinen äh schaden so body check ist ja sehr unsicher dass man sich selbst verletzt dem mache ich einfach mal einen flügelschlag und wir schauen wie effektiv den flug ist naja passt doch siedewasser ah was heißt halt mhm sehr effektiv ähm ich glaube nicht dass das passend wird machen wir eine notsituation wenn die kp das an wenn das passt mhm ich denke auch für das kp perfekt machen wir das so wie schaut das aus ah ja okay ja gut so viel damage hat es jetzt nicht gemacht egal äh dann haben wir steravir doch recht gut benutzt ähm vielleicht brauche ich das später nochmal ein pokémon schon mal down upsidupsi mhm jetzt sollte es eigentlich mit einem bist reichen aber ich nehme lieber mal äh ja soll ich das nehmen wie normal ja passt eigentlich glaube ich ja gut komm holen wir unser bidifass holen wir unsere zwei filler pokémon beziehungsweise eigentlich haben wir noch drei raus so und dann mache ich jetzt einfach mal oh wow eine kopfnuss krass wie stark ist die denn und warum habe ich so krass hohe initiativwerte eigentlich jawohl das passt doch morlod ist besiegt doch jetzt kommt ja die eigentliche challenge das letzte pokémon ist ja immer die größte herausforderung bojellin ich habe keine ahnung ich denke mal das ist von barmelin die weiterentwicklung oder ey das war ein guter zug okay 2 zu 1 steht sozusagen was ko pokémon tatsächlich angeht okay da ist eigentlich jetzt luxtra super gut ähm ja deswegen ich werde jetzt trotzdem mal eine kopfnuss nochmal einsetzen bis naja interessant ja bidifass kann doch ganz gut mal anfangen indem es mehr damage macht als ich dachte oh no heitet sich das jetzt immer oder was äh okay aber immer nur so ein bisschen so er hält ja nochmal was aus und dann wechsle ich einfach mal würde ich sagen ja okay er würde wahrscheinlich sogar nochmal mhm okay dann äh wechsle ich auf luxtra so ich könnte es auch zuerst heilen aber ist ja egal eigentlich gut also wie gesagt das könnte ganz gut laufen ich werde jetzt erstmal nicht so voreilig sein und genau dann schauen wir einfach mal ne luxtra let's go und wir setzen den Bedroherr wieder lake oh no 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 okay das geht eigentlich voll es hört auf zu regnen ah ja okay ja von mir aus dann ist er jetzt nicht mehr stark aber es ist cool bamelin mag ich irgendwie die Entwicklungsreihe 60 plus 50 sind 110 das passt doch ich muss ja nicht voll heilen ja okay lake ja gut weil jetzt halte ich ja da auf jeden Fall nochmal einen aus ah ja wenn das schon ein Volltreffer war dann zeige ich jetzt euch mal was ein Volltreffer ist bei sehr Effektivität mit Funkensprung nochmal warum darf elf anfangen ja gut und dann muss ich halt schon wieder einen Supertrank einsetzen ne ah okay oder auch nicht weil das Vujilin ist tatsächlich schon kaputt okay wenn man die Effektivitätsliste so halb im Kopf hat dann ist das wirklich sehr praktisch so Manafi erreicht Level 17 sehr gut und Marinus wurde besiegt wow war es das etwa schon ich will mehr ich will noch mehr kämpfen ja so schnell kann das Ganze gehen die Strömung muss mich nach unten gezogen haben aber der Kampf mit dir hat mir sehr viel Spaß gemacht hier das hast du dir verdient jawohl die Hälfte ist also geschafft bis zu unserem äh Top 4 Kampf du erhältst den Charm den Fernordern von Marinus den Fernordern ermöglicht es dir die Fallmattacke auflockern über dein Po Catch zu verwenden hier ist die besondere Belohnung du und deine Pokémon haben dieses Zeichen meiner Anerkennung wirklich verdient Sticker also ich muss mich da jetzt wirklich mal dran setzen die Sticker zu benutzen und auch eine neue TM alles klar diese TM beinhaltet die Attacke Lake ich glaube denn eines Pokémon kann die sogar schon dann muss ich sie ja nicht weiter erklären alright dann vielen Dank dir und wir haben es geschafft wir sind durch die Arena durchgekommen und können tatsächlich noch ganz ganz kurz die Stadt ein bisschen uns anschauen gut Leute die Arena lief tatsächlich echt gut wenn man sich das mal so im Vergleich anschaut so ja zu dir davor das war auch huiuiui das ist halt so krass wenn du so überhaupt keine Ahnung hast was ist jetzt bitte effektiv was kann mir helfen und dann alle einfach gewoneshottet werden gefühlt deswegen ja bin ich jetzt froh dass wir das irgendwie so hinbekommen haben wie es jetzt ist ne so wisst ihr was wir werden jetzt einfach mal es wird mal Zeit wir haben es bis jetzt viel zu wenig gesehen wir holen Roselia bewegen an die erste Stelle und achso es geht wahrscheinlich nur draußen schätze ich mal und tun uns natürlich das auch an die Seite packen so so und als Begleiter wir hin genau sehr gut dann kann uns das mal hinterher laufen und ich bin hier nicht ganz richtig wir wollen nämlich hier nach unten ich frage mich ja sowieso was ist jetzt Erkunde Weideburg ah ok das heißt wir werden hier wahrscheinlich auch eine ganz bestimmte Person treffen letztlich zumindest mal und Leute das mache ich vielleicht auf Cam jetzt einfach mal das dauert jetzt ein bisschen zu lang Jemand im Großmoor hat mir kürzlich eine TM angeboten aber ich habe abgelehnt ich brauche sie nicht denn hier ist ein Nebel aufziehen wird unser Erinnerleiter der sich durch den Einsatz von Auflockern beseitigen so so interessant okay dann würde ich jetzt mal sagen oh wir können endlich mal wieder einkaufen gehen so richtig ich stehe hier exakt in der Stadtmitte ah ok ja gut dann das heißt wir haben erstmal knapp über die Hälfte gesehen alles klar meine Güte hast du hier eine Unordnung oh der nennt mich Attackenmaniac ich kann sämtliche Attacken die ein Pokémon erlernen kann ich kann auch deinen Pokémon Attacken beibringen wenn du magst als Gegenleistung hätte ich gerne Herzschuppe komm mit der Herzschuppe wieder ab als du Attacken beibringen soll ja 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 ist okay ist okay ist okay ja das ist ja echt cool als ob man dann jegliche Attacke beibringen kann also ich setz mal nur vom Typen halt wieder ne hast du schon mal auf der Pokémon Landgut der Besitzer Herr Reichedel liebt nichts mehr als seinen seltenen Pokémon zu schwärmen okay besuch dich im Großmoor von Weideburg am Safari Spiel ich setz mal das kommt dann in der nächsten Folge ähm genau wie lang ist denn diese Stadt eigentlich ja ist ja krass das heißt mal noch mit dir das Größmoor sorgt auch in heißen Sommertagen für eine kühle Prise das ist genau der richtige Ort für Wasser Pokémon ja wie gesagt ich hab's schon öfter gesagt wir kriegen gerade die ganze Zeit so Indizien dafür dass heute hier eine Arena eine Wasser Arena halt auf uns wartet so mhm so zuerst dicker auf die Kapsel kleben und die dann am Pokéball befestigen und fertig ein weiterer von mir persönlich gescheiter Pokéball einzig und in seiner eine Art ja hast du recht Klebunkel ist auf das offizielle Maskottchen der Stadt es ist so unheimlich süß wir hoffen es äh es findet Fans auf der ganzen Welt das ist es also oder wie der Klebunkel da aha obwohl es das Holz ist hat es doch das Gefühl als würde es Gift absorben hehehe gut dann gucken wir doch mal was können wir denn kaufen oh wir haben tatsächlich ein bisschen Geld das freut mich doch Flottbälle nice äh da kaufen wir doch gleich mal ne nicht so viele 12 Stück würde ich mal sagen gut immer wieder ein bisschen was wahrscheinlich dazu noch genau dann Arena äh Beleber nicht Arena Beleber ähm hab ich mal 4 weil es gibt ja meist immer noch eine bessere Version dann von allen ne gut und dann haben wir davon immer ein bisschen was Schutz Superschutz hab ich gar nichts gekauft ach so weil ich noch einen krasseren Hab glaube ich dann kaufen wir doch einfach mal von dem hier auch noch wer weiß vielleicht können wir es ja gebrauchen die Schutzteile sind ja echt grandios wenn man nicht gestört werden möchte die ganze Zeit da gibt es zum Beispiel auch keine Hyperbälle aber klar wir sind noch nicht in diesem krassen Einkaufsladen äh dem sonst brauche ich eigentlich gar nichts wir sparen uns einfach ein bisschen Geld vielleicht können wir uns ja mal ein Outfit für 100.000 leisten aber das glaube ich eigentlich gar nicht ich studiere selbst eine Pokémon die man nur im Großen noch findet ok also wir sollten da wirklich hin scheint mir aber jetzt erstmal in das denke ich mal letzte Haus aus dieser Stadt so dann gucken wir gleich mal auf der Karte wo wir eigentlich gerade hinlaufen ich gehe in ganz Sinne spazieren und liebe es überall Beeren zu pflanzen ich werde dir auch ein paar Beeren geben warum pflanzt du sie nicht irgendwo ah Biri Beere ja kein Wunder äh keine Sorge ich pflanze sie auch überall meine Schwester sammelt täglich Beeren also kommt doch bitte bald vorbei wir kochen abends auch mit Beeren und mischen sie das ist so lecker ja da hast du recht und das kann ich mir richtig gut vorstellen zumindest gut dann geht es hier noch nach unten aber irgendwie keine Ahnung es gibt so viele Random Plätze genau man muss hier wie gesagt eigentlich durchgehend wenn man hier rumläuft A drücken und dann findet man sowas wie ein Hyperheiler also ganz so weird irgendwie hier gemacht weil es funkelt ja nicht mal ach und jetzt sind wir schon auf Route 212 ich glaube die führt uns wieder eine sehr sehr lange Route die uns letztlich nach Herzhofen wieder führt ich meine ich könnte jetzt sagen oh wow was ist da für eine Schule ey wir skippen das einfach indem wir da sagen jo möchtest du einfach da hinfliegen aber wir schauen uns natürlich alle Routen an deswegen bleiben wir jetzt erstmal hier okay wir haben also alles gesehen in der nächsten Folge geht es also dann in dieses ganz komische ähm es ist natürlich wieder so ein Poké Park Art mäßig das hier oben hier wie heißt es denn nochmal Großmoor genau wir sehen uns dann dort in der nächsten Folge wenn es dorthin geht bis dorthin habt einen schönen Tag lasst gerne ein Abo da für mehr und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020